Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und dem Horrorspiel Der Raum 202. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach dem letzten ziemlichen Reinfall heute mal wieder schöner spannender Horror mit einer nachvollziehbaren kleinen Geschichte. Sah ganz vielversprechend aus, auch optisch. Das Ding läuft hier wohl in der Unreal Engine. Wir sind nach einer langen Reise ziemlich kaputt, müssen unbedingt mal ne Pause machen, haben deswegen hier mal an diesem Hotel Halt gemacht und gucken mal nach, ob wir hier noch ein freies Zimmer kriegen. Wird sicher alles gut gehen, hier sind doch bestimmt keine gruseligen und paranormalen Dinge in diesem Hotel. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie lange das Spiel hier gehen soll, aber ich will ja, dass ihr am Freitagabend gute Unterhaltung bekommt, euch entspannen könnt und deswegen sollte das Spiel zu kurz sein, werden wir nach diesem Ding hier noch ein zweites direkt hinten ranhauen. Alles ungeschnitten, alles ohne Cuts. So und jetzt aber genug gelabert, wir legen los. Euch wünsche ich absolute Entspannung, macht euch nen wunderschönen Freitagabend oder wann auch immer ihr das hier sehen solltet. Viel Spaß bei der Raum 202. Du bist müde nach einer langen Fahrt. Es wird langsam spät draußen. Du hast dich dazu entschieden, die Nacht in einem Hotel zu verbringen. Ein Spiel von Max Horror. Und damit nochmal herzlich willkommen hier bei unserem gruseligen Horror-Abenteuer Raum 202. So und ich würde sagen, wir gucken uns ja erstmal wieder so ein bisschen um. Auf jeden Fall kann man jetzt schon mal sagen, die Grafik sieht richtig, richtig schick aus. Wir haben hier die Unreal Engine anstatt, wie ich ja schon in der Einleitung gesagt habe. Und das sieht man auch direkt, wir haben ja hier diese typischen Assets wieder, diese gemütlichen kleinen Lämpchen hier. Und aber auch diesen Teppich hier, der kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Ist aber auch ganz normal. Wir spielen natürlich viele Spiele und viele Spiele sind halt in der Unreal Engine programmiert. Und da benutzt man eben natürlich die gleichen Assets. Ist natürlich einfacher, als würde man jetzt hier für jede Textur eigene Sachen erstellen. Spart natürlich Zeit und auch Geld. So, aber egal. Wir gucken uns jetzt hier wie gesagt erstmal um und gucken auch, ob wir hier irgendwie die Türen öffnen können. Können wir erstmal nicht. Wir drücken einmal E oder linke Maustaste. Wahrscheinlich ist die linke Maustaste dann zum Interagieren da. Aber nee, passiert nichts. Und mit dieser Tür genauso wenig. Da vorne steht schon der Rezeptionist. Da gehen wir auch gleich hin. Aber wir wollen uns trotzdem erstmal so ein bisschen umgucken. Hier haben wir noch ein Treppenhaus. Da geht es dann wahrscheinlich nach oben. Und vor allem mal gucken, was wir jetzt hier für ein Zimmer bekommen. Das Spiel heißt ja Room oder Raum 202. Mal sehen, was es mit diesem Raum auf sich hat. Irgendwas mysteriöses muss da ja passiert sein. Na, mal sehen. So, was haben wir hier? Eine Zeitung. Downtown Bombing. Irgendwelche, ähm, ja, irgendeine Bombengeschichte in irgendeiner großen Stadt. Und hier HTML. Auch das kenne ich tatsächlich aus der Unreal Engine. Habe ich auch schon ganz, ganz oft gesehen. Keine Ahnung, was das sein soll. HTML. Na klar, den, ähm, die Kurzform kennt man ja irgendwo her. Irgend so ein Elefant hier drauf. Und noch ein bisschen Pizza. Also wirklich, hier könnte man echt mal ein bisschen sauber machen. Guck dir das mal an hier. Ach, wie das stinkt. Das riecht bis hierher. Oh Mann, wo sind wir hier gelandet? So, bevor wir hier mit diesem Typen hier aber quatschen, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Mal gucken, ob wir hier hinter der Rezeption noch irgendwas machen können. Oh, hier hat er noch irgendwelche Raubkopien. Irgendwelche Filme, die ihr hier wahrscheinlich guckt. So, hier auch noch eine Zeitung. Und hier sogar noch Schlüssel. Aber die Schlüssel wird er uns ja dann wahrscheinlich gleich selber geben. Und guckt mal hier. Irgendein Kreuz oder so. Eine Tür. Was ist hier hinter? Das wird ja wohl kaum der Raum 202 sein, oder? Hier geht's doch bestimmt in den Keller oder sowas. Naja, egal. So, hier noch ein schöner alter Rechner. So ein schöner alter grauer Rechner. So hatte ich auch ganz am Anfang richtig cooles Ding. Also damit würden die heutigen Spiele natürlich nicht mehr laufen. Aber guckt euch das Ding mal an. Irgendwie auch cool, ne? Sehr nostalgisch. Das muss man sagen. So, was ist hier? Ähm. Hotelangestellter. Hallo Sir. Möchten Sie ein Zimmer für diese Nacht buchen? Ähm, ja. Aber nur für eine Nacht, bitte. Natürlich, Sir. Ich werde Ihnen einen Raumschlüssel geben. Einen Zimmerschlüssel. Sehr gern. Ähm. Ähm. Was ist das denn? Ähm. Hotelangestellter. Irgendwas ist da hinter Ihrer Türe. Ja, beachten Sie nicht diese Türe. Es ist nur der Wind. Naja, egal. Hier ist auf jeden Fall erstmal Ihr Schlüssel für Raum 203. Ähm. Leute, ihr habt's gesehen. Das Kreuz hat sich einfach mal gedreht. Der Typ ist hier völlig ausgeflippt. Kickt hier einfach mal die Türe zu. Er weiß scheinbar, was dahinter ist. Oh! Ähm. Hier gibt's nichts zu sehen, Sir. Ähm. Tut mir leid. Ich wollte nur gucken. Ich wollte nicht zu nah gehen. Ich wollte doch einfach nur gucken, was hinter dieser Türe da ist. Denn das war jetzt nicht sonderlich normal. Und guckt euch mal diese Augen an, Leute. Was ist denn mit seinen Augen los? Die sind ja mal richtig schwarz. Der hat wahrscheinlich hier so einen 48-Stunden-Tag oder so hinter sich. Völlig entzündet hier. Binnenhautentzündung. Guckt euch das mal an. Man sieht das Augenweiß ja gar nicht, oder? Ganz, ganz merkwürdig. So. Hier noch ein alter Monitor. Hier noch eine Notiz dann. Aber können wir nichts weiter machen. Ja, ne? Er wartet dann hier wahrscheinlich. Hier ist der Schlüssel. Aber warte mal. Ich möchte trotzdem einfach mal ganz kurz gucken, ob der hier hinten auch irgendwas hat. Noch irgendwelche Unterlagen. Nicht, dass er hier gleich wieder irgendwie ausflippt oder so. So. Ja. Die Schlüssel lassen wir wohl schon hier. Wir gehen lieber nicht mehr zu dieser Türe dahin. Wir nehmen uns jetzt hier mal unseren Schlüssel. Zack. So. Den Schlüssel haben wir für Zimmer 203. Und, wie gesagt, das Spiel heißt ja Zimmer 202. Das heißt, unser Zimmer 203 befindet sich direkt nebenan. Ob das so eine gute Idee ist? Na, mal gucken, was uns da erwartet. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Telefon. Könnte ja eigentlich noch ganz nützlich sein. Wer weiß, was da oben passiert. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass nichts passiert. So. Du passt hier schön auf, ne? Auf die nächsten 24 Stunden. Tschüssi. Ach so, ja. Unsere Koffer könntest du vielleicht noch nach oben bringen, ne? Wir haben es nicht so mit tragen. So. Wir gehen hoch. Und, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie lange das Spiel jetzt hier dauern soll. Oh, diese Geräuschkulisse ist schon cool, ne? Wie das hier knarrt und so. Ist schon cool gemacht. Genau. Ich weiß nicht genau, wie lange das Spiel jetzt hier dauern soll. Und sollte es zu kurz sein, habe ich noch eine kleine Überraschung. Am Ende, dann spielen wir noch ein anderes Spiel. Lasst euch da einfach überraschen. Und wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Oh. Jetzt gab es hier so einen kleinen Ladescreen, so einen Ladebildschirm. Es geht eigentlich sogar noch höher. Aber hier ist keine Treppe. Ja. Müsste man sich hier wahrscheinlich Leiter hinstellen, um höher zu kommen. Für die ganz Sportlichen unter uns dann. Genau. Kleiner Ladebildschirm. Jetzt geht es hier weiter. Also es ist kein fließender Übergang. Es kommt tatsächlich ein Ladebildschirm. So. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Wir brauchen, wie gesagt, das Zimmer 203. Mal gucken, wo es ist. Was haben wir hier? Hier sieht man gar nichts. Wir haben keine Taschenlampe dabei. Hier können wir nichts machen. Oh, das sieht schon cool aus, ne? Ich muss auch bei solchen Spielen einfach immer auf die, ja, technischen Aspekte eingehen. Guckt euch das doch mal an. Ich mag das einfach so. An der, also die Unity Engine hat das ebenfalls. Aber auch natürlich hier, man sieht es ja, die Unreal Engine, diese Reflexion von diesen Lampen. Also wenn man hier Lampen hat, dass dann auch die Wände einfach dieses Licht reflektieren. Ich liebe das. Ich liebe so diese ganzen Lichteffekte im Spiel. Sieht einfach klasse aus. Und natürlich auch die Soundeffekte. Es klingt gut. Es sieht schon mal gut aus. So. Zimmer 202. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ne, hier geht es nicht rein. Ist ja auch nicht unser Zimmer. 201. Ebenfalls nicht. Hier ist das mysteriöse Zimmer 202. Hier ist eine Zeitung. Alte Pizza. Und? Hier kommen irgendwelche Geräusche raus. Seid mal leise, Leute. Irgendeine Musik oder so. Na gut. Ist ja erstmal nichts sonderlich wild. Die können ja erstmal Musik hören. Erstmal nichts Mysteriöses hier dran. Wir gehen weiter. Zimmer 203 ist hier. Wir gehen trotzdem erstmal kurz weiter und gucken mal noch, ob wir hier noch irgendwas machen können. Zimmer 204. Ne, hier ist auch nichts weiter. Ne, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich erstmal in unser Zimmer gehen. Aber mich interessiert trotzdem mal, ob man hier noch irgendwas sehen kann. Guck mal hier. Hier sieht man einfach mal den Himmel, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Oder eine wahnsinnig krasse Beleuchtung. Egal. Wir gehen weiter. Ich denke, ich habe mein Zimmer verpasst. Ich sollte umkehren. Ja gut, ne? Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen umkehren. Dann gehen wir jetzt einfach mal in unser Zimmer rein. Wir sind sowieso ziemlich müde. Und müssen uns eigentlich erstmal hinhauen. So. Wo war das jetzt? Hier. 203. Wir haben den Schlüssel dabei. Na denn. Türe auf. Mal gucken, ob das Ding funktioniert. Drücken einmal linke Maustaste. Interagieren. Schlüssel rein. Und auf das Ding. So. Türe auf. Home. Sweet home. Willkommen im Zimmer 203, Leute. Wir betreten den Raum. So. Türe schließen wir erstmal. Privatsphäre ist mir sonderlich wichtig. Und hier auch diese Tapete. Ne, die kenne ich. Die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber egal. Der Raum sieht trotzdem ganz, ganz anders aus. Den Teppich beispielsweise habe ich noch nicht gesehen. Sieht erstmal vom Look her aus wie 70er Jahre. 70er Jahre, 60er Jahre oder so. Naja. Schöne Bilderchen hier. Würdet ihr euch so eine Tapete hinhängen? Also ich ja nicht. Irgendwie hat sie zwar was. Aber irgendwie auch nur für Hotelzimmer oder so. So. Jetzt gucken wir mal nach. Ah. Kleine Zwischensequenz. Koffer haben wir hingepackt. Alles muss man hier selber tragen. Ich sollte erstmal eine Dusche nehmen. Bevor ich ins Bett gehe. Am besten eine kalte Dusche. Es ist hier sau heiß wieder drin. Ah. Immer noch über 30 Grad hier. So. Wie gesagt. Alles muss man hier selber machen. Was ist das hier eigentlich für ein Service? Wir können ja mal rausgucken. Sehen wir hier irgendwas? Sternklarer Himmel. Boah. Das ist auch irgendwie cool, ne? Also ich würde ja die Vorhänge öffnen. Mich hier hinlegen. Und dann erstmal schön den Sternenhimmel beobachten. Da fällt mir übrigens ein, Leute. Wir haben noch diese, ähm. Wie heißen das? Perseiden-Nächte oder so? Ach, peinlich, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber egal. Wo man ganz, ganz viele Sternschnuppen oben am Himmel sieht. Ich habe richtig viele gesehen tatsächlich. Ähm. Ihr seht das Video jetzt am Freitag. Keine Ahnung, ob es jetzt am Freitag immer noch ist. Aber eins kann ich euch sagen. Mittwoch und Donnerstag hat man sie auf jeden Fall noch richtig gut gesehen. Mitten in der Nacht. Wunderschön anzusehen. Also kann ich nur empfehlen. Vielleicht sind sie immer noch da. Könnt ihr ja mal einen Blick nach oben werfen und gucken, ob ihr ebenfalls Sternschnuppen seht. Ich habe richtig viele gesehen. Sieht richtig toll aus. Hier noch ein altes Telefon. Das gute alte Lorsen-Telefon. Wer kennt es nicht? Ist auch hier ein schönes Bett. So. Jetzt gucken wir aber erstmal nach, ob wir hier irgendwie duschen können. Wir fühlen uns nämlich richtig dreckig. So. Nach dieser langen Fahrt. So. Ich frage mich ja, wie viel wir jetzt hier bezahlt haben. Für dieses Hotelzimmer. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel, wenn man sich hier umguckt. Hier sogar eine Glühbirne kaputt. Naja. Haben wir ein Spiegelbild? Ne. Ein Spiegelbild haben wir nicht. Können wir hier noch irgendwas machen? Ne. Können wir ebenfalls nicht. Ja. Türe können wir auch nicht schließen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal unter die Dusche. Ziehen uns erstmal aus hier. Und zack. Wasser an. Ah. Schön kalt duschen. Das gefällt mir. So. Na toll. Wir haben die Handtücher vergessen. Oh je. So. Fertig sind wir. Und jetzt ab ins Bett mit uns, oder? Wir sind hundemüde. So. Klamotten erstmal wieder ausziehen hier. Rein in den Koffer und unseren Pyjama raus. Die schöne Schlafschlüppi. Angezogen. Und wir hauen uns hin, oder? Würde ich sagen. Wir sind richtig müde. Gute Nacht, Leute. Oh. Oh. Endlich. Was zum. Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Mitten in der Nacht. Klingt als würde es aus dem Raum gegenüber kommen. Etwa aus dem Zimmer 203. Naja. Erstmal anziehen. Hier liegt eine Kamera, Leute. Die können wir aber nicht benutzen. Was ist denn das für ein Bild? Was ist denn das hier? Fehlt da irgendwas? Ne, ne? Ach so. Das ist ein Dach, ne? Das ist das Dach hier, glaube ich. Ja, egal. So. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Gucken mal nach, was da draußen los ist. Immer diese Sternfriede. So. Türe auf. Hallo? Woher kommt diese Musik? Oh. Guckt mal hier. Die Türe wackelt schon. Was haben die für einen Buster drin? Warum sagt der Rezeptionist nichts dazu? Alles muss man hier selber machen. Die Koffer muss man selbst nach oben schleppen. Sich um die Lautstärke muss man hier kümmern. Wir gehen mal ganz, ganz freundlich dahin. Und bitten mal den Nachbarn, ob er mal ein bisschen leise sein kann. So. Wir drücken mal. Linke Maustaste 202. Hier rammelt es richtig in der Kiste. Wir drücken mal. Ey. Macht die Musik leiser. Wir wollen, Leute, schlafen. Ruhe da drin. Ähm. Es sollte die... Hotelrezeption anrufen. Irgendwas stimmt da nicht in diesem Raum. Also ich sag's mal so. Entweder leidet dort eine Frau ziemlich heftig. Oder aber... Sie hat da ziemlich viel Spaß drin. Oh weia. Aber ich gehe mal eher davon aus. Ersteres. Naja. Wir gehen mal zurück. Rufen mal die Rezeption an. Und sagen mal hier, dass da irgendwelche merkwürdigen Machenschaften hinter der Türe vom Raum 202 sind. Wir gehen zurück. Was ist denn da bitte in diesem Raum los, Leute? Naja. Wir rufen mal den Typen da unten an. Mal gucken, ob er sich von seiner Bindehautentzündung erholt hat. Hier ist das Telefon. Nehmen wir mal das Ding. Zack. Ach komm schon. Geh ran. Hotelrezeption. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ähm. Ja. Wir sind's. Aus dem Raum 203. Und... Naja. Irgendwas stimmt da in Raum 202 überhaupt nicht. Also Sie sind in Raum 203, ja? Ähm. Ja. Raum 203. Das kann nicht sein, Sir. Raum 203 ist nicht besetzt. Ähm. Wie bitte? Hallo? Hallo? Das gibt's doch wohl nicht. Ich werde mal meine Videokamera nehmen und die ganze Sache hier aufnehmen. Als Beweis. Leute, was meint der Typ damit? Der Raum ist nicht besetzt. Zimmer 202 ist nicht besetzt. Was geht da bitte vor sich? Wer ist denn da bitte drin, wenn 202 nicht besetzt ist? Naja, egal. Wir nehmen erstmal die Videokamera mit. Wir wollen das Ding auf jeden Fall festhalten. Als Beweis später. So, Wand ist eingelegt. Na komm schon, geh an, du blödes Ding. So. Und der gute alte VHS-Log. 5.14. 17.14. Nachmittags. Der 27. September 1994. Das hat schon was. Das gute alte 4 zu 3 Format und unser VHS-Dier wieder. So, jetzt gucken wir mal nach. Wir haben die Kamera dabei und gucken jetzt mal nach, was in Raum 202 vor sich geht. Wir gehen mal ganz langsam dorthin. Mal gucken, ob hier irgendwas zu sehen ist. Erstmal nicht. Wartet mal. Was ist denn das hier? Wir kommen nicht mehr zurück. Was ist denn das? Ähm. Wir sind doch von hier gekommen, oder? Hier liegt alles kreuz und quer. Die Schränke, alles. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert ist. Na, egal. Wir gehen jetzt hier erstmal... Die Türe ist schon mal angelehnt. Raum 202. Wir drücken mal ganz langsam, Leute. Hallo? Ey, ich hab hier Musik gehört. Ich wollte nur mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ist hier jemand drin? Hallo? Ich komm jetzt rein. Was sind das für Schriften hier an der Wand? Ein Alien. Steht irgendwas. Man kann's aber nicht wirklich lesen. Ähm. Ist das die Person, die hier rumgebrüllt hat? Hallo? Geht's Ihnen gut? Hallo? Das Ding schnarcht. Hier liegen Beine. Und Arme. Hallo? Ich bin hier Nachbar. Ich wohne im Zimmer 203. Ich hatte hier Musik gehört. Wollte nur mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber so wie es scheint, ist alles in Ordnung. Tschüss. Alles ist ruhig. Ja, das Ding sitzt da einfach. Sollen wir jetzt da rangehen? Ich weiß ja nicht. Wow. Jetzt kommt das Ding. Das Ding kommt. Wo müssen wir hin? Wir können nicht laufen. Ich kann nicht rennen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich will einfach nur noch... Wow. Oh mein Gott. Irgendeine Hotelgästin. Die einfach mal hier durch die Tür gezogen wurde. Hier hat sie sich noch festgehalten. Man sieht ihre Handabdrücke. Wow. Das war cool gemacht. Das war cool gemacht. Kommen wir hier rein? Wir würden ja gerne helfen. Aber ich komme hier nicht rein. Wir müssen uns selber erstmal helfen. Wir müssen nach Hause. Wir müssen raus. Wir verlassen das Hotel. So, kommen wir hier rein? Wahrscheinlich nicht. Ne, wir gehen runter zur Hotelrezeption. Und sagen dem Typen mal Bescheid, dass hier oben irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Oh mein Gott. Ich bin direkt angespannt, Leute. Ich bin direkt angespannt. So. Jetzt kommt hier ein... Ähm. Hallo? Wir können uns nicht bewegen. Wir können uns nicht bewegen. Wir können uns nicht bewegen. Jetzt. Jetzt können wir wieder rennen. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ding? Vor allem von einer Sekunde zur anderen wird es hier richtig heftig. Raus hier. Raus hier. Sind wir in Sicherheit? Sind wir in Sicherheit? Wieder irgendwelche Schriften hier. Ich sehe dich. Ich höre dich. Wer ist da? Was willst du von mir? Wow. Das ist episch gemacht. Diese Musik. Was geht hier vor sich? In diesem merkwürdigen, mysteriösen Hotel. Zimmer 202. Was ist das? Da vorne kommt wieder so eine Türe mit Kreuz um dran. Ist das vielleicht die Türe von der Rezeption? Kommen wir hier raus? Ich bin nur noch abhorn hier. Das war keine gute Idee, hier zu übernachten. Die Türe öffnet sich. Ähm. Das Kreuz dreht sich. Wir kommen hier nicht raus. Wow. Der Rezeptionist. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du mein kleines Horrorspiel gespielt hast. Sehr, sehr gerne. Also, wir halten mal fest. Wir waren ja quasi unterwegs. Wir waren K.O. Wir brauchten dringend Ruhe. Wir haben uns jetzt hier in diesem Hotel niedergelassen. Wir haben ein Zimmer bekommen. Raum 202. Vielleicht bekommt jeder Gast das Zimmer 202. Damit er quasi in der Nähe des Zimmer 203 ist. Da, wo diese merkwürdigen Dinge passiert sind. Und der Rezeptionist weiß vielleicht davon, dass diese merkwürdigen Dinge in diesem Hotelzimmer passieren. Im Zimmer 203. So. Vielleicht will er irgendwie, ja, dieses Monster, was da drin lebt, füttern. Füttern mit Hotelgästen. Oder so. So könnte ich es mir vorstellen. So habe ich die Geschichte verstanden. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr diese Geschichte verstanden habt. Also, ich muss sagen, mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Die Grafik war cool. Die Geräuschkulisse war cool. Es war sehr kurz, wie gesagt. Aber die Geschichte war auch ganz cool. Also klar, es ist kein Meisterwerk an Geschichte natürlich. Aber man hat hier eine plausible Geschichte gehabt. Man hat sie verstanden. Man konnte sich nochmal Gedanken drüber machen. Was ist hier eigentlich los? Aber auch das mit dem Geschrei, das fand ich schon sehr gut gemacht. Zwei, drei kleine Jumpscares waren mit eingebaut. Also man kann nicht meckern. Es war ganz cool. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. So. Und jetzt würde ich sagen, wir sind bei 21 Minuten. Ja. Das reicht uns doch noch nicht, oder? Wir beenden das Ding. Und ich würde sagen, wir starten direkt das nächste Spiel, Leute. Also. Wir beenden das Ding hier. Drücken einmal auf Grid Game. Zack. Jetzt öffnet sich hier irgendwas. Das Ding schließen wir mal hier. Aufnahme läuft immer noch. Alles ganz gut. Wir öffnen mal hier unsere Downloads. Und dann haben wir hier Lost Brother. Das Ding soll auch richtig cool sein. Deswegen würde ich sagen, drücken wir mal hier rauf. Und starten jetzt einfach mal Lost Brother. So. Drücken wir hier einfach mal auf Ausführen. Zack. Unity Engine. Also das erste Spiel war Unreal Engine. Jetzt haben wir die Unity Engine. Lost Brother. So. Also. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel hier sein soll. Die Bewertungen waren ganz gut auf Itch.io. Deswegen lassen wir uns jetzt einfach überraschen. Vielleicht nochmal kurz zur Geschichte. Hier soll es um ein Geschwisterpärchen gehen. Zwei Brüder. Und die sind jetzt alleine zu Hause. Die Eltern sind im Urlaub oder so. Und. Ja. Irgendwelche gruseligen, mysteriösen Dinge sollen hier passieren. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Deswegen sage ich jetzt nochmal ganz viel Spaß. Hier bei dem nächsten Horror Game. Lost Brother. So. Wir drücken hier einmal auf Play. Oder haben wir hier noch irgendwo Optionen? Hier haben wir noch Optionen. Wir können mal. Ach hier. Escape. Ah. Okay. Wartet mal ganz kurz. Wir gucken hier nochmal ganz kurz nach. Bisse Lotion. Auflösung. 1920. Lassen wir so. Fullscreen lassen wir ebenfalls. Können wir ebenfalls so lassen. So. Hier. Ähm. Ja. Maus Empfindlichkeit. Lassen wir so. Hier haben wir nochmal die Steuerung. Können wir uns gleich nochmal angucken. Wieder zurück ins Hauptmenü. Die Musik ist auf jeden Fall ganz schön, oder? Klingt sehr entspannt. Cool. So. Do you like this game? Das werden wir herausfinden. Atmo Pixel. So heißt der Entwickler. Wir drücken hier einmal auf Play. Und gucken nach. Was passiert. Viel Spaß, Leute. Der 25.07.2002. 17.38. Unsere Eltern sind im Urlaub. Mein Bruder Bruno und ich sind alleine zu Hause. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Keine Verantwortung. Einfach nur rumschillen und das Leben genießen. Tja. Wer mag sowas nicht, Leute? Wer war früher als Kind nicht gerne alleine zu Hause? Wenn die Eltern mal weg waren für ein Wochenende oder so, man hat die ganze Bude für sich gehabt. Wir drücken einmal die Leertaste Space, Continue, fortsetzen. So. WASD ist Bewegen. Die Maus ist natürlich Umsehen. Shift-Taste ist Sprinten und die linke Control-Taste ist Kriechen. Rechtsklick zum Zoomen. Hier können wir also zoomen. Ja, ne? Hier sehen wir schon, die Grafik ist jetzt nicht so cool oder so krass wie die Grafik von dem Spiel davor. Aber macht auch nichts. Mal gucken, ob die Geschichte stimmt. Und vielleicht haben wir hier auch den einen oder anderen Jumpscare. Wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, die Bewertungen waren ganz gut gewesen auf H.E.O. So. Jetzt sind wir. Warte mal. Wer war jetzt nochmal Bruno? Ne, Bruno war unser Bruder, ne? Genau. Bruno war unser Bruder und wir sind mit ihm alleine zu Hause. So. Wir öffnen hier mal die Türe. E. Und gucken nach, was wir hier tun sollen. Auf jeden Fall alles sehr, sehr pixelig. Eine schöne Küche haben wir hier auf jeden Fall. Ja, ne? Also die Details sind jetzt hier nicht sonderlich krass. Das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Aber ist ja auch egal. Hier haben wir noch ein schönes Bild. Wir drücken einmal E. Zack. Und man muss dazu ja auch sagen, wir spielen das Ding hier ja eigentlich blind. Ich habe nur Bilder vorher gesehen. Vielleicht ist ja unser Bruder hier drin. Hier steht er doch, oder? Wir gucken mal nach. Wir gehen mal ran zu ihm. Unser Bruder. Hallo? Bruno. Ähm. Ja, ne? Genau. Unser Bruder heißt Bruno. Es gibt eine Party bei Scott zu Hause. Ähm. Könnte ich da hingehen? Ich kann nicht einschlafen, wenn ich weiß, dass du so spät draußen bist. Und unsere Mama würde mich töten. Oder beide von uns. Wenn sie sieht, dass wir hier in Probleme geraten. Ach, komm schon. Wenn ich diese Party vermisse, dann kann ich die nächste Zeit nicht mehr zur Schule gehen. Sie werden mich auslachen. Wird Jessie auch da sein? Ähm. Ja. Und wenn ich nicht hingehe, dann... Ja. Wird sie wahrscheinlich denken, dass ich ein Idiot bin. Definitely hook up with her, I guess. Was? Ach nee, Moment. Ähm. Wenn ich nicht hingehe, wird irgendein anderer Idiot sie schnappen. Na schön. Dann geh ruhig hin. Aber... Denk daran oder, ähm... Ich sag's dir einmal. Sei nicht schüchtern bei ihr. Und... Pass auf. Ich hatte zwei Freundinnen bereits. Die in deinem Alter waren. Ne. Als ich in deinem Alter war. Und, ähm... Na ja. Sei bitte zu Hause. Morgen früh um 2.30 Uhr. Spätestens, Freundchen. Sonst gibt's was hinter die Löffel. So. Weiter geht's. Ach, danke. Du bist der Beste. Ich weiß. So. Dann pack mal schön. Viel Spaß bei der Party. Bruno. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Was müssen wir jetzt tun? Hier ist das Klo. Können wir uns auch mal angucken, ob hier irgendwas ist. Können wir hier irgendwas reparieren oder so? Oh Gott, sieht das alles kahl aus. Wer wohnt denn in so einer Hütte? Naja. Wir gehen mal weiter. Gucken nach, ob wir hier irgendwas machen können. Schränke können wir nicht benutzen. Also wir haben jetzt hier auch nicht wirklich eine... Ähm... Ja, Beschreibung, was wir tun sollen. Hier aber den Müll in den Mülleimer werfen. Es sieht ja aus wie Sau hier drin. Ich sollte den ganzen Müll mal wegwerfen. So, wir müssen jetzt also den ganzen Müll erstmal hier in den Mülleimer werfen bestimmt. Jetzt gucken wir mal nach. Oh, wie sieht's denn hier aus? Sag mal. So, nehmen wir erstmal das Ding hier. Wie nehmen wir das? E wahrscheinlich, ne? E. Moment. Ich drück E. Ah, wir müssen es einfach mit dem und dann hier einfach reinschmeißen bestimmt. So, drücken wir einmal E. Zack. Eins von sechs. Und das nächste Ding. Ach, Bruno. Überall musst du deinen Dreck hier liegen lassen. Nehmen wir auch noch mit. Schön der Orangensaft in der Cornflakes-Packung. Und die Pizza. Wie liegt denn die Pizza hier mitten am Fernseher? Ach, die Fettflecken kriegt man noch nie wieder raus. Das ist noch schlimmer. Guckt euch mal diese Pizza an. Mitten auf dem Holztisch hier. Das gibt wahnsinnig viele Flecken. Aber wir können diese Pizza hier tatsächlich nicht mitnehmen, glaube ich. Oder doch? Oder können wir sie mitnehmen? Doch, wir können sie mitnehmen. Schmeißen wir auch direkt weg. Zack. Rein damit. Ähm, haben wir noch mehr? Ja, eigentlich können wir alles wegschmeißen, oder? Sieht doch alles aus wie Müll hier. Hier, komm, den ganzen Kleiderschrank. Oder was ist das hier? Bücherschrank oder so. Direkt mitgenommen. Reinschmeißen hier. Pizza. Hier, kommt alles rein hier wieder. Ja, komm schon. Gib her. Ah, komm her. Hallo. Hier, rein damit. Ähm, jetzt kann ich die Pizza nicht mehr nehmen. Doch, jetzt. So. So, wir brauchen noch mehr. Hier ist noch was. Was ist das? Pika. Was ist denn Pika? So, und rein damit. Ach, gerade so rechtzeitig. Meine Lieblingssendung beginnt gleich. Auf Kanal 6. Unsere Lieblingssendung. So, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal den Fernseher einschalten. Zack, drücken wir einmal rauf. E. Ach ja. Meine Lieblingssendung, Leute. Kann ich nur empfehlen. Wir setzen uns jetzt hier schön mal hin. Und gucken hier meinen Lieblingsfilm. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Super spannend. Auch ein bisschen Horror dabei. Die Horrorkatzen. Guckt euch das an. Diese Spezialeffekte. Wow. Auch diese schauspielerische Leistung. Unglaublich gut. Wunderschön. Ein unglaublich guter Film. Habe ich erst im Kino gesehen. Und dann jetzt hier nochmal zu Hause. Extra diesen coolen DVD-Player gekauft dafür. Wow. So. Das. War es dann jetzt, oder? Müssen wir jetzt auch irgendwas machen? Passette wieder raus. Achso. Wir müssen uns jetzt hier hinsetzen und gucken. Ach ja. Was für ein gemütlicher Abend. Ich glaube, ich bin eingeschlafen. Das Geräusch hier. Hier ist er nicht. Wir gucken mal hier in seinem Zimmer. Er ist natürlich nicht da. Ach, dieser Idiot. Mein Papa wird mir den Hintern versohlen. Ich denke, der Schlüssel vom Auto meiner Eltern ist im Schlafzimmer meiner Eltern. So, wo ist er das Schlafzimmer unserer Eltern? Wahrscheinlich hier. Also, es soll ein Horrorspiel sein. Mal gucken, ob es wirklich ein Horrorspiel ist, Freunde. So, jetzt gucken wir mal nach, ob wir hier irgendwo einen Schlüssel finden. Hier ist ein schönes Basecap. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Auto. Oder fürs Auto. So, jetzt gehen wir mal raus. Gucken mal nach, ob wir irgendwo das Auto finden. Muss ja irgendwo dann die Garage sein. Ach, diese Pflanze. Super detailliert. Sieht wunderschön aus. So, Leute. Wir hauen ab. Wir gehen mal raus. Wir müssen unseren Bruder finden. Er kam nicht zurück. Wo ist der Bengel? Der verlorene Bruder. Lost Brother. Aber coole Musik. Ein Spiel von Atmopixel. Vielen Dank. Wartet mal. War das das Spiel? Ist das jetzt... Nee, ich wollte schon sagen. Wer ist hier, um zu fahren? Space ist Bremse. Er ist Radiostation. Also, ich muss erst nach links und dann nach rechts. So, wir fahren 10 kmh. 15 kmh. Das ist ja cool gemacht. Wir können sogar noch fahren. Wir können den Radiosender wechseln. Komm, machen wir mal hier schön. Wir bremsen mal kurz ab. Was haben wir hier für Radiosender? Station 3. Ja, das ist cool, oder? Das lassen wir mal. Wir fahren weiter. Schön, mitten in der Nacht hier durch dieses kleine Dörfchen. Und dann nach rechts, hat er gesagt, ne? Wir fahren nach rechts. So, hier schön in den Wald rein. Wo ist denn unser Bruder? Kein Verlass. Ich hab noch gesagt, spätestens 2.30 Uhr. Wo ist der Bengel? Zum Glück weiß ich, wo das Haus von Scott ist. Meine... Der Ex von meiner Ex-Freundin lebt dort ebenfalls. So ein Idiot. Mal gucken, was das für eine Party war. So, wir fahren 60 kmh. 70 kmh. Komm, wir drücken mal hier richtig auf die Eisen. 90. Ich mag es, Autos zu fahren. Dieses Auto ist ein Biest. I will be at Scott's in no time. Ich werde nicht rechtzeitig da sein? Ach, keine Ahnung. So. Space, bremsen. Hier ist ein Auto auf jeden Fall. Wir bremsen jetzt mal hier. Hier muss die Party auf jeden Fall sein. Ein paar Leute sind ja noch da. So. Wir steigen mal aus, oder? Müssen wir aussteigen? Oder müssen wir noch weiter ran fahren? Wir fahren mal noch weiter ran. Hier können wir nicht parken. Wir können nicht aussteigen. Aber da vorne steht ja auch schon jemand. So, hier. Wir können aussteigen. Raus hier. Endlich angekommen. Ich hoffe, ich finde ihn hier. Oh ja, Leute. Hier sieht man auf jeden Fall. Hier war eine Party. Aber sowas von. Was ist denn hier passiert? Was macht er denn hier? Ähm. Das Auto kam wohl von da. Er hat versucht, das Auto bei der Anfahrt wahrscheinlich. Ja. Versucht aufzuhalten, damit es nicht in sein Auto kracht. Hat nicht damit gerechnet, dass hier noch eigentlich diese Laterne steht. Oder dieser Strommast. Irgendwie so. So, wir quatschen mal mit dem, oder? Okay. Irgendein Loser. Ich dachte, ich könnte fahren. Aber ich werde nie wieder trinken in this fuck-up life in meinem Leben oder so. Naja, wir drücken mal Space weiter. Aber es tut mir echt leid. Ich habe eine Frage, wenn ich darf. Ich suche nach meinem Bruder. Haben Sie ihn gesehen? Er ist komplett in schwarz gekleidet. Naja, die Musik hat aufgehört vor einer kurzen Weile. Die Party muss zu Ende sein. Ähm. Hier ist gar nicht show up somewhere. Er wird wahrscheinlich irgendwo sein. Und ich bin auch nicht in der Lage, klar zu denken gerade. Tut mir leid. Ja. So siehst du auch aus. Wir drücken Space. Also, er hat keine Ahnung, wo er ist. Er sagt, er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Die Party ist vor kurzem zu Ende gegangen. Hier liegt noch überall der ganze Müll. Jetzt müssen wir mal gucken, wo unser Bruder ist. Ähm. Hier vorne liegt irgendwas. Da liegt doch jemand. Ähm. Bruno, bist du es? Bist du da gerade am kotzen? Bruno? Hier ist dein Bruder. Bruno? Das ist nicht Bruno, oder? Der ist auch nicht in schwarzer Kleider. Wir gehen mal rein. Wir gucken mal nach, was die Party so macht. Oh, Leute. Jetzt liegen die ganzen Leute hier irgendwo in der Ecke. Können wir hier noch irgendwas machen? Wie die Autos aussehen. Total verwinkelt hier, die ganzen Sachen. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. D drücken. Ja. Wir kommen hier rein. Hier. Oh. Oh. Mein Gott. Ähm. Pizza ist hier. Was ist hier eine Pizza? Atmopixel? Ähm. Ja. Nee. Pizza haben wir jetzt hier gerade nicht. Ich bin kein Essenslieferant. Ich suche nach meinem Bruder. Ein anderer Loser. Hahaha. Also. Er weiß wahrscheinlich auch nicht, wo unser Bruder ist. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Also viel Spaß beim Aufräumen. Also wir werden auf jeden Fall nicht helfen. So. Ist hier noch vielleicht irgendwas im Kühlschrank drin? Habt ihr mir irgendwas übrig gelassen? Guckt mal nach. Nee. Geht nicht auf das Ding. Ach. Okay. So. Hier kommen wir rein. Was ist das hier? Der Keller natürlich. Da gehen wir erstmal nicht rein. So. Macht er hier noch irgendwas? Nee. Er grinst nur vor sich hin. Wer weiß, dass der genommen hat? Ähm. Ist hier noch irgendwas? Äh. Es würde mich nicht überraschen, wenn das hier Brunos Werk ist. Weint er. Naja. Wir lassen es lieber. Wir lassen es mal lieber. Wo ist Bruno? So. Vielleicht weiß er ja mehr. Wir fragen ihn mal. Er guckt hier Glotze. Ich sollte das nicht ansehen. Ich sollte meinen Bruder suchen. Ja. Irgend so ein Let's Player hier. Mal mit ihm hier quatschen. Was hat denn der für eine Frisur? Ist das überhaupt eine Frisur? Oder ist irgendeine Pflanze hier drauf? Irgendein Typ. Ähm. Gefällt es dir hier einfach im Weg zu stehen? Ich will Fernsehen gucken. Tut mir echt leid. Ich habe meinen Bruder verloren. Er sollte eigentlich hier auf dieser Party sein. Ach so. Du meinst Bruno? Das ist dein Bruder? Äh. Hol ihn. Ähm. Er ist ein Frauenrebellent. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Also er kommt wahrscheinlich nicht so gut mit Frauen klar, oder? Äh. I hope he didn't make a fool out of himself in front of Jesse. Ich hoffe, er hat gegenüber von Jesse keinen Fehler gemacht oder so. Ich denke, Bruno ist, ähm, ja, im Garten hinten wahrscheinlich, ne? Er ist rausgegangen mit ein paar von seinen Jungs. Sie sagten irgendwas von einem Ritual. Kinder. Ein Ritual. Naja, vielen Dank erstmal. Jedenfalls sauber. Was heißt denn sauber nochmal? Endlich jemand normales hier? Irgendwie so, ne? Ja. Ich hab nur etwas geraucht. Naja, gut. Äh. Nun lass mich alleine hier, ähm, wie du sehen kannst. Ich hab Dinge hier anzusehen im Fernsehen. Ja, ist ja gut. Guck mal hier dein Let's Play. Ähm. Ja. Gute Qualität auf jeden Fall. Was ist denn das? Ist das ein echter Let's Player? Kennt man ihn irgendwo her? Ne, oder? Kennt man nicht. So, wir gehen mal raus. Wir gucken mal nach, ob er hinten ist. Unser Bruder. Der kann was erleben. Wir haben ihm noch extra gesagt. 2.30 Uhr. Es ist 3 Uhr nachts. So, wir kommen hier raus. Wo war das? Hier? Ne, der Keller, oder? Wir gehen mal in den Keller. Vielleicht kommen wir hier irgendwie raus. Was ist das denn? Irgendein Pärchen. Ich will nicht weiter stören. Ich hab nur meinen Bruder verloren. Jessie. Das ist Jessie. Ja, ne? Also kein Wunder, dass Bruno auf sie steht. Die sieht ja mal richtig gut aus. Die schlechteste Party, ähm, die es jemals gab, ha? Das sieht echt furchtbar aus hier. Aber ich suche einfach nur nach Bruno. Habt ihr ihn gesehen? Wisst ihr, wo er ist? Naja, die sind nach hinten gegangen. Raus. Ich hab einen Schlüssel an... To the side door. Für die Seitentür. Du kannst sie benutzen. Und... Aber erst... Gib uns zwei Flaschen Cola, bitte. Ähm, ja, okay. Die sollten irgendwo im Haus sein. Oder draußen am Haus. So, jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Cola-Flaschen hier einsammeln. Die wollen Cola haben. Ach, damit wir den Schlüssel bekommen, um rauszukönnen. Wir wollen doch einfach nur Bruno mit nach Hause nehmen. Jessie's spending the night with Johnny. Armer Bruno. Ja. Jessie hat die Nacht mit Johnny verbracht. Armer Bruno. Ich hoffe, er hat's nicht gesehen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir die Cola-Flaschen haben. Draußen, meinte er oder sie ja. Haben wir hier irgendwo Cola-Flaschen? Vielleicht das hier? Ist das Cola? Nee, oder? Das ist keine Cola. Wir gucken mal hier im Kühlschrank nach. Vielleicht können wir jetzt den Kühlschrank öffnen. Nee, wir können den Kühlschrank nicht öffnen. Warte mal. Ich mach mal ein bisschen lauter. So. Wir gehen mal weiter. Wie kommen wir jetzt nach draußen? Hier vorne ist die Türe. Oder hat er uns schon den Schlüssel gegeben? Nee, die Türe ist zu. Wir müssen hier irgendwo... ... 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 In der Küche sein. Oder vielleicht hier draußen. Wir gucken mal hier draußen nach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Cola-Flaschen. Hier. Zack. Die nehmen wir mit. Und noch eine zweite bitte. Mal gucken, ob wir die dann noch in die andere Hand nehmen können. Hier ist nichts. Ah, wir können rennen. Gut, dann rennen wir jetzt einfach mal. Ist hier noch irgendwas? Ne, hier ist auch nichts. Hier vorne vielleicht noch. Cola-Flasche. Na gut, egal. Dann bringen wir erstmal diese Cola-Flasche weg, würde ich sagen. Gehen wir nochmal zurück. Zurück zu Jessie. Und geben wir die Pulle. Vielleicht bekommen wir noch einen Hinweis, wo die andere Flasche ist. So. Einmal. Ne, wir müssen die andere Flasche direkt finden. Ah, wo könnte die denn sein, Leute? Wir gehen nochmal hoch. Gucken nochmal ganz genau alles an. So sieht also hier die Cola-Flasche aus. Fast wie eine echte. Auf der Straße vielleicht? Ne, oder? Ne, hier ist nichts. Wo ist denn die andere Cola-Flasche? Irgendwo hier im Mülleimer? Auch nicht. Ah, jetzt müssen wir erstmal noch eine Cola-Flasche suchen. Wir kommen auch, wie gesagt, nicht raus. Wie der Typ da einfach in der Mülltonne hängt. Unglaublich. Was war denn das hier für eine Party, ey? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, sieht man hier auch irgendwelche Sternschnuppen? Ne, wahrscheinlich nicht. Wo ist denn die Cola-Flasche, Leute? Wir brauchen noch eine Cola-Flasche. Muss doch hier irgendwo sein. Hat er hier vielleicht doch irgendwo... Ach, hier! Guckt mal hier. Nimm mal mit. Wir gehen runter. Tut mir leid, ne? Wir nehmen mal deine Cola-Flasche mit. Jetzt kann ich ihnen die Flaschen geben. Ja, das machen wir jetzt sofort. So, wo war das jetzt? Ähm. Hä? Bin ich blöd? Ach, hier. Wir gehen runter. Und geben ihm jetzt erstmal hier die Flaschen. Prost, Leute! Und wir haben den Schlüssel bekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal raus und gucken nach, ob unser Bruder Bruno da ist. Stellt euch mal vor, das wäre in echt so. Ihr habt einen Schlüssel in der Hand, man sieht aber nicht eure Hand und der Schlüssel fliegt einfach durch die Luft, Leute, ey. Oh, nee. Naja, geil. So, gehen wir mal raus. Wo ist denn jetzt der Typ mit der Mülltonne? Der ist hier. Oh, Bruno! Ähm. Ich hoffe, du bist hier nicht irgendwo verloren. Warte mal. Ist das nicht dein Rucksack? Ey, was hat er? Auf jeden Fall ist da überall Kotze. Er liegt hier mit dem Gesicht in der Mülltonne, in der Kotze. Also, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ob man mit dem Kopf in der Mülltonne liegt oder in der Kotze oder beides gleichzeitig. Naja, ist auch egal. Ähm. Du hast nicht zufällig Bruno gesehen, oder? Wahrscheinlich nicht. So, wir gucken mal seinen Rucksack an. Der ist leer. Bruno! Bruno, bist du da? Da ist das Bruno. Aber nee, der ist auch nicht schwarz gekleidet. Der Typ hat hier aber einen fetten Burger auf dem Tisch. Nenner Pool. Ja. Wäre die ganze Sache hier nicht so verzwickt, würde ich gerne mal schwimmen gehen. Guckt euch mal den an, Leute. Jetzt gucken wir aber erstmal nach, was er hier macht. Ähm. Ja. Sein Gesicht, ne? Er hat einen Socken über den Kopf gezogen. Ähm. Schöner Burger. Ne, ich bin nicht hungrig gerade. Was ist denn mit dem passiert? Ebenfalls eine Cola in der Hand. Was ist denn in der Cola-Flasche drin? Wir können mit ihm reden. Wir können mit ihm reden. Es tut mir leid. Ich suche nach meinem Bruder. Hast du ihn gesehen? Er ist komplett in schwarz gekleidet. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Ähm. Der wäre a lot... Es waren viel mehr Leute hier eigentlich. Aber alle sind weg. Hast du dich vielleicht... Jetzt kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal die Leute gesehen hast? Ähm. Nein. Nicht wirklich. Ich sitze hier schon eine ganze Weile. Und ich habe geschlafen. Alles klar. Danke. Was für ein Typ. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So. Oh. Wir können sogar. Physik-Engine. Ne? Wir können den Ball hier sogar bewegen. Jetzt gucken wir aber mal nach, was der Typ hier unten macht. So. Hier haben wir noch einen Rasenmäher. Mit dem können wir natürlich nicht reden, oder? Oder können wir doch da ran? Wir gucken mal. Ja doch, ne? Wir können ran. Und macht der hier irgendwas? Ähm. Langsam mache ich mir echt Sorgen um meinen Bruder. Das würde ich aber auch. Also wenn man das hier sich mal so anguckt. Der Rasenmäher. Ich will nicht wissen, was das hier für eine Party war. Was hier abgegangen ist. Wobei, irgendwie ja doch ein bisschen interessant, ne? Würde mich ja doch irgendwie interessieren, wie das hier ausgesehen hat, wo die Party hier noch im Gange war. So, haben wir hier noch irgendwas? Ne. Hier ist auch nichts. Ah, wo ist der denn? Wo ist denn Bruno? Wo ist Bruno? Bruno! Wo ist der kleine Scheißer? Wallet. 80 Dollar sind da drin? Aber ich bin kein Dieb. Der muss doch irgendwo sein. Hier ist nichts. So, wir haben diesen Raum. Jetzt ist hier noch ein Bräuler oder so auf dem Tisch. Es sieht schon echt lecker aus. Da kriegt man ja direkt Hunger. So. Wo ist denn der Typ? Wollen wir noch mal runter gehen? Wartet mal. Stand der Stuhl nicht gerade noch hier unten? Wir gehen noch mal runter. Wir gucken mal kurz noch mal nach, ob die Beine noch da unten sitzen. Vielleicht wissen die jetzt mehr. Nach der Cola. Ne, wir können jetzt machen. Dann gehen wir noch mal raus. Er ist hier nicht. Er ist nicht hier. Wo ist Bruno? Bruno! Hä? Wir quatschen mal mit dem hier noch mal. Vielleicht weiß der Hätze mehr. Ebenfalls nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Wir müssen doch jetzt irgendwas machen, oder? Oder müssen wir doch noch mal raus? Wir gehen noch mal raus. Hier muss doch irgendwas sein. Vielleicht hier auf den Bildern? Ne, oder? So, der liegt immer noch hier. Der Rucksack war ja leer. Ist leer. Das ist merkwürdig, Leute. Was ist das hier? Eine Hake. So, mit ihm können wir nicht mehr quatschen. Mit dem ja sowieso nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen, Leute. Was müssen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Da unten bei dem Typen können wir nichts machen. Wir können da kurz nochmal rangehen und gucken. Aber... Ne, wenn wir Ehr drücken, passiert nichts. Hier unten... Im Müll liegt auch nichts weiter rum. Bei der Rasenmäher steht hier auch irgendwie so verdächtig, oder? Und hier kommen auch irgendwelche merkwürdigen Geräusche. So ein Summen oder so. Merkwürdige Stimmen. Oder ist das hier noch irgendwie eine Tür oder sowas? Ähm... Leute, das Ding ist eine Tür. Was ist das? Das frage ich mich auch. Wir gehen mal ganz langsam nach unten. Irgendein geheimer Keller. Unter dem Pool. Sind da etwa die ganzen Gäste. Da unten ist Blut. Oh! Oh Mann! Also ich dachte, dieses Spiel ist nicht so gruselig. Also, es ist bisher auch nicht wirklich gruselig. Aber die Geschichte ist ganz interessant. Ich möchte ja schon wissen, was ein Bruno ist. Aber dieser kleine Jumpscare jetzt. Ja, der hat funktioniert. Der hat funktioniert. Es ist überall Blut. Wir kommen hier nicht rein. Doch, wir kommen hier rein! Leute, guckt euch das an. Ein geheimes Badezimmer unter der Erde. Hier ist Blut. Wo sind wir hier? Das sieht nicht gut aus, Bruno. Man hatte uns gewarnt. Es gab hier wohl irgendein Ritual oder so. Noch mehr Blut. Und ein ziemlich gruseliges Bild an der Wand. Wow. Also, wenn man dieses Bild eine ganze Weile anguckt. Es ist schon gruselig. Ganz genau. Creepy. Oh, wenn das Ding jetzt einfach mal losspringt oder so. Das ist schon cool gemacht. Was haben wir hier? Haben die nicht irgendwas von einem Ritual gesagt? Ein Teddy? Eine Kerze? Und dann? Was ist das hier? Spiegelei oder so? Keine Ahnung. Da vorne ist doch irgendwas. Kerzen. Ähm. Leute, sind das Menschen? Sind das Menschen? Hoffentlich nicht Bruno. Bruno! Was haben die hier gemacht? Was ist das denn bitte für ein Ritual? Ich mach mir richtig Sorgen um meinen Bruder jetzt. Hier ist ein Schloss. Wartet mal hier. Ähm. Gut, wir müssen irgendwo einen Pin suchen. Habt ihr hier irgendwas gesehen mit Zahlen? Also ich tatsächlich nicht. Das hier habe ich gesehen, ja. Ähm. Wo kriegen wir denn jetzt die Zahlen her? Vielleicht gehen wir noch mal nach oben oder so. Also hier kommen wir erstmal nicht rein. So, jetzt haben wir hier das Ritual. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee, man sieht hier nichts. Also hier sind definitiv keine Zahlen. Wir können ranzoomen, aber hier an der Hand ist auch nichts zu sehen. Wir gehen noch mal nach oben. Oder hier vielleicht? Nee, oder? Irgendwas reingeritzt oder so? Aber ich glaube nicht. Nee, nee. Wir gehen mal noch mal nach oben. Wir gucken mal nach, ob wir da irgendwas finden. Oder hier noch? Auch nicht. Vielleicht weiß oben ja jemand mehr. Was hier unten abgegangen ist. Na komm schon. Hoch hier. Komm. Ah. Jetzt kommt man... Ähm. Wir kommen nicht mal raus. Wir kommen nicht mehr nach oben. Wir müssen also irgendwas machen hier unten. Aber welchen Code sollen wir denn eingeben? Hier steht doch gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Drücken wir noch mal E? Ach nee. Nee, doch nicht. Moment. Eins. Vielleicht das Jahr... Was war das für ein Jahr? 1997 oder so? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Sieben. E. Nee. Funktioniert nicht. Was sollen wir denn auf den Code eingeben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kerzen. Hm. Hier müssen doch irgendwelche Hinweise sein. Ach hier, guckt mal. Ach, bin ich blind. Eine Zwei? Wir haben eine Zwei hier. Vielleicht hier noch irgendwo auf dem Boden oder so. Wir brauchen. Irgendwelche Zahlen. Also hier ist nichts weiter zu sehen. Ist hier noch irgendwo... Wartet mal. Ist das eine... Ist das eine Fünf? Ich glaube, das ist eine Fünf. Wir schreiben uns das mal kurz auf. Wartet mal. Was hat man hier gehabt? Eine Zwei, ne? Zwei. Fünf. Ähm. Ja, können wir uns merken, oder? Zwei, fünf. Gucken, ob wir hier noch irgendwas sehen. Zwei, fünf. So, hinhocken können wir uns auch. Hier. Hier ist noch irgendwas. Zwei, fünf, sechs. Zwei, fünf, sechs. Eine Zahl fehlt uns jetzt noch. Zwei, fünf, sechs. Also wir hatten hier eine Zahl gefunden. Zwei, fünf, sechs. Hier hinter der Tür vielleicht. Zwei, fünf, sechs. Ne, hier ist nichts. Zwei, fünf, sechs. Jetzt müssen wir hier noch die andere Zahl suchen. Hier, oder? Zwei, fünf, sechs, drei. So, wir probieren es mal aus. Zwei, fünf, sechs, drei. Also zwei. Fünf. Sechs. Drei. Zwei, drei vielleicht. Fünf, sechs. Zwei, drei. Fünf, sechs. Auch nicht. Drei, fünf. Sechs, zwei vielleicht. Drei. Fünf. Sechs. Zwei. Ebenfalls nicht. Drei, sechs, wo? Fünf. Drei, sechs. Zwei. Ähm. Hallo? Leute, was war das? Drei, sechs, wo fünf, oder? Die Tür ist offen auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ein Seetest. Mit Farm sogar. Ein süßes Kätzchen. H, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W. Passt alles. Minuspunkt, Komma, Blume, 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Babybett. Hier haben wir auf jeden Fall den Teddy. Den nehmen wir mal mit. Einen Zauberwürfel. Wahrscheinlich müssen wir den Teddy jetzt hier raufschmeißen, oder? Katze? Warte mal. Wir müssen den bestimmt hier raufschmeißen, ne? Oder? Was sollen wir denn jetzt damit tun? Wir haben jetzt hier einen Teddy. So, wir erinnern uns ja, hier vorne war ja dieses Blatt. Und da stand der drauf. Teddy plus Kerze ist gleich Explosion. Oder so. Wir brauchen also irgendwas, um den Teddy anzusünden bestimmt. Kommen wir jetzt vielleicht raus? Wartet mal, wir gehen mal nochmal nach oben. Vielleicht geht es jetzt hier wieder raus. Ne. Okay, wir hängen hier fest. Wir kommen nicht raus. Wir müssen also hier irgendwas unten in diesem geheimen Keller machen. Aber was denn? Wie können wir das Ding denn anzünden? Wir müssen das Ding doch einfach nur wahrscheinlich hier irgendwie... ...an so einer Kerze anzünden. Aber es passiert nichts. Ich stehe hier drauf, drücke E oder linke Maustaste. Und es passiert nichts. Oh, hier! Das Ding brennt. Und jetzt? Was passiert jetzt? Wo ist Bruno? Äh, Bruno! Bist du okay? Oh, was ist passiert? Du hast uns gerettet. Gerettet? Boah, was denn? Bruno! Es gab ein paar Symbole, die unten auf dem Boden gemalt waren. Meine Freunde und ich haben die Kerzen angezündet, die dort waren. Und plötzlich fühlte ich mich schwindelig. Und ich kann mich an nichts mehr weiter erinnern. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Was sind die, äh, was ist diese Familie Scott überhaupt für eine komische Familie? Ein ganzer Untergrund hinterm Haus? Ich habe so viele Fragen. Lass uns einfach nach Hause fahren. Ich denke, wir werden nie erfahren, was hier vor sich geht. Ähm, ja gut, ne? Atmopixel. The Lost Brother. Bruno. Der verlorene Bruder. Ein großes Dankeschön fürs Spielen. Sehr, sehr gerne. So, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü, würde ich sagen. Und quatschen mal ganz kurz über das Spiel. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Unser Bruder wollte ja zu dieser Party. Wir haben, ja, haben uns erst so ein bisschen Sorgen gemacht. Haben ihn dann doch fahren lassen. Und er sollte um 2.30 Uhr zurückkommen. Er war nicht da. Wir sind vor der Glotze eingepennt. Es war schon 3 Uhr morgens. Der Bruder war nicht da. Wir sind also hingefahren zur Party. Haben mitbekommen, dass alle irgendwie weg waren. Dann gab es unten da im Keller. Die hatten irgendeinen geheimen Keller. Diese komische Familie. Diese Scott-Familie. Haben da irgendein Ritual gemacht. Und, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die irgendeine Kohlenmonoxid-Vergiftung gehabt oder so. Ja, ne. Wird es wahrscheinlich gewesen sein. Irgendwie sowas. Ich denke nicht, dass es jetzt da wirklich so ein echtes Ritual war. Obwohl, man muss ja sagen. Da waren Leichenteile. Da waren Körperteile. Menschenteile. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, das erste Spiel hat mir besser gefallen. Das zweite. Naja, so lala. Mir haben die Jumpscares im zweiten Teil gefehlt. Die Gruselstimmung war nicht wirklich da. Die Musik ist cool. Grafikstil. Naja, es ist ja so gewollt. Der Grafikstil soll so aussehen. So pixelig. Ähm, die Geschichte hätte man eigentlich was draus machen können. Also, ja. Sie hatte auf jeden Fall Potenzial. Aber irgendwie hat man das dann doch, ja, verschenkt würde ich sagen, ne? Im letzten Teil. Naja. Ist auch egal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne diesen Kanal, damit ihr die nächsten spannenden Projekte nicht verpasst. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Euer Marcel.